Eins habe ich noch für euch zum Schluss. Was ist dran an dem Mythos, wenn ich mich auf eine kalte Steinmauer setze als Frau, dass ich dann auf jeden Fall eine Blasenentzündung bekomme? Da hat ja die Oma schon immer drauf geachtet, auch dass hinten das Hemdchen immer schön in der Hose ist und das nicht frei liegt, damit es nicht kalt wird, damit man keine Blasenentzündung bekommt. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um die Blasenentzündung und warum Frauen häufiger, viel häufiger betroffen sind und warum es bei Schwangeren gar nicht so ungefährlich ist. Viel Spaß bei der Folge. Mindestens einmal im Leben hat eine Frau mit einer sogenannten Harnwegsinfektion zu tun, also eine Infektion der ableitenden Harnwege, wird im Volksmund auch oft Blasenentzündung genannt. Klassische Symptome sind Schmerzen oder auch Brennen beim Wasserlassen, nächtliches Wasserlassen, man hat das Gefühl, man muss ständig auf die Toilette oder muss es tatsächlich, obwohl nur ein paar Tröpfchen kommen. Blut im Urin und auch Schmerzen unterhalb der Symphyse, die im Volksmund auch Schambein genannt wird. Und diese Symptome, wie schon gesagt, kennen die meisten Frauen. Und warum ist das denn so oft bei Frauen und nicht auch bei Männern? By the way, bei den Männern, wenn sie so eine Harnwegsinfektion haben, steckt meistens mehr dahinter, ist also potenziell gefährlicher als bei den Frauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frauen eher tröstet oder eher hämisch lachen lässt. Jedenfalls, wenn die Männer sowas haben, ist es oft schlimmer. Sogenannter Männerschnupfen. Den Männern wollen wir nicht zu nahe treten. Jedenfalls haben die meistens ein organisches Leiden, was dahinter steckt. Und bei den Damen ist es leider oft eine anatomische Begebenheit. Denn, wie man hier unschwer erkennen kann, und ich hoffe sehr, dass YouTube mein Video nicht wieder sperrt, ist der Bereich zwischen Anus und Vulva relativ kurz gehalten. Bei den Männern ist dieser Bereich weitaus länger, sodass Fäkalkeime, die rund um den Anus einfach dort besiedelt sind, schneller in die Vulva gelangen. Und bei der Vulva, das haben wir ja schon gelernt in dem Video zur weiblichen Anatomie, ist natürlich auch der Ausgang der Harnröhre. Und damit kommen wir zum zweiten Risikofaktor. Warum Frauen öfter eine Harnwegsinfektion oder auch eine Blasenentzündung haben? Weil die Harnröhre an sich nur zwei, drei Zentimeter lang ist. Das hier ist die Harnblase. Bei Männern ist diese Harnröhre ungefähr 20 Zentimeter lang. Also drei bis fünf Zentimeter gegenüber 20 Zentimeter. Bedeutet natürlich auch, dass die Keime, wenn sie dann aufsteigen, viel schneller in der Harnblase sind und da Ärger machen können. Jetzt denken sich viele Frauen, ja, ich habe doch hier Videos geguckt und meinem Konstantin zugehört. Ich weiß ja, wie rum ich abwischen muss. Nämlich immer quasi von der Vulva weg nach hinten, damit ich meine Fäkalkeime nicht an meine Vulva schmiere. Aber bei der schönsten Nebensache der Welt, dem Sex, ist es sehr oft so, dass dort Fäkalkeime eben direkt in die Vulva und auch in die Vagina penetriert werden und dort besiedelt werden. Sogenannte Honeymoon-Systitis. Honeymoon, wissen ja die meisten, ist das Ehegelübde, was dann mit körperlicher Betätigung besiegelt wird. Und danach kriegen Frauen gehäuft Harnwegsinfekte und auch übrigens Vaginalinfekte. Es werden also Keime durch den Sex, durch den penetrativen Sex in die Nähe der Harnröhre gebracht und können dann ungehemmt aufsteigen und eine Blasenentzündung verursachen. Ganz kurz noch eine Anmerkung zum Geschlechtsverkehr. Ja, ihr habt sicherlich gehört, dass man nach dem Sex als Frau unbedingt auf die Toilette gehen sollte. Das ist nicht nur Mythos, sondern stimmt tatsächlich. Denn die Keime, die jetzt dort vor Ort sind, sollten schnellstmöglich hinausgespült werden. Und das tut man am besten, indem man einfach auf Klo geht und pinkelt. Also, wenn man jetzt nicht das Kondom benutzt, wo man eh weiß, hier bin ich in gewisser Weise geschützt, sollte man auf jeden Fall den Gang zur Toilette aufsuchen. Es gibt tatsächlich Frauen, die haben mit einer Blasenentzündung unglaublich häufig zu tun. Fast monatlich oder fast nach jedem Sex, dass sie das Gefühl haben, jetzt geht es schon wieder los. Und da ist die Frage natürlich groß, was kann ich präventiv tun? Also, was kann ich vielleicht vorher tun, damit ich gar nicht erst in die Bredouille komme, eine Therapie anfangen zu müssen? Denn das möchte ich kurz vorwegnehmen. Die Therapie. Wie sieht die heutzutage eigentlich aus? Man ist heutzutage, Gott sei Dank, davon weggekommen, bei jeder kleinen Blasenentzündung, die nachgewiesen wurde, zum Beispiel bei deiner Hausärztin, deinem Hausarzt oder auch bei den Gynäkologen, zu therapieren mit einem Antibiotikum. Früher wurde das Antibiotikum verteilt wie Smarties. Antibiotika können aber nicht unterscheiden zwischen den bösen Bakterien, die sich da gerade austoben, und den guten, gewollten Bakterien, zum Beispiel die Döderleinstäbchen in der Vaginalschleimhaut, die ja wesentlich dafür verantwortlich sind, dass das vaginale Milieu sauer gehalten wird, dass da nicht noch ein Vaginalinfekt passiert. Man ist also heutzutage ein bisschen weggekommen von, hier kriegen sie mal sieben Tage Antibiotikum, sondern man versucht jetzt erstmal konservativ diese Blasenentzündung zu therapieren, es sei denn, man hat Risikofaktoren, was die Nieren oder auch die ableitenden Harnwege betreffen, oder man ist schwanger. Warum das bei der Schwangerschaft so ist, erzähle ich euch gleich noch. Fern von der klassischen Schulmedizin jetzt zum Beispiel, also der Chemiekeule, würde man erstmal versuchen, dem Körper was Gutes zu tun, indem man, Klassiker, die Trinkmenge ein wenig erhöht. Hat den Hintergrund, dass man die Blase ganz salopp durchspülen möchte. Bakterien, die dort sind, sollen herausgespült werden. Deswegen sollte man, wenn man jetzt anderthalb zwei Liter am Tag trinkt, diese Trinkmenge eben erhöhen, auf zweieinhalb bis drei Liter. Obacht aber bei Menschen, die jetzt Vorerkrankungen an der Niere haben. Bei denen gilt das natürlich nicht. Jetzt wird natürlich die Frage groß nach den sogenannten Blasentees. Die Oma hat ja immer empfohlen, einen Blasentee zu trinken. Ist da wirklich was dran? Nicht nur, dass man dadurch natürlich die Trinkmenge erhöht, auch die Wärme fördert die Durchblutung des Körpers. Ist nicht verkehrt, wenn man Entzündungen hat. Und ja, Goldrutenkraut, Johannesbeerblätter, Bärentrauben, das sind alles Teesorten, Pflanzensorten, die potenziell auch antientzündlich wirken können. Ist auf keinen Fall verkehrt. Was ist denn mit Cranberry? Habt ihr das auch mal gehört, dass Cranberry, Saft, Extrakt, so gut sein soll gegen Blasenentzündungen? Tatsächlich sind dazu wahnsinnig viele Studien gelaufen. Der Hintergrund sind die Oligomere Proantocyanidinen, OPC. Das gilt aber nicht nur für Cranberry, sondern auch Preiselbeer, Granatapfellextrakte in einer gewissen Dosierung, die relativ hoch sein muss, die einen antientzündlichen Effekt haben könnten. Es ist also von der Studienlage nicht so, dass man weiß, das funktioniert 100%. Es ist nicht signifikant. Dann gibt es noch die sogenannte D-Manose. Habt ihr sicherlich auch mal gehört, ein Zuckermolekül, was unser Körper jetzt nicht wirklich verstoffwechseln kann als Zucker, aber schlauerweise Bakterien binden kann und damit dann eben auch über die Niere, über die ablehnenden Harnwege hinausspült. Also ja, D-Manose kann gegen gewisse Bakterien, vor allen Dingen Escheria coli, ein Darm- oder ein Fäkalkeim, helfen, diese Blase zu befreien von diesen Keimen. Auch vorbeugend übrigens im Langzeitzyklus, um eben präventiv schon was zu tun gegen Blasenentzündung. Und so könnte ich jetzt bestimmt eine halbe Stunde weiterreden über Phytotherapie, über Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Vitamin C. Es gibt also sehr viele Ansätze, unabhängig von der chemischen Keule. Sollte es aber heftig sein, rezidivierend sein, immer wieder kommen, dann gilt als Ärztin und als Arzt Urin einschicken. Gucken, welche Bakterien und welche anderen Keime sind dort vor Ort und welches Antibiotikum hilft gegen diese Keime. Denn einfach blindlings ein Antibiotikum zu geben, kann man mal zwar machen, wenn es wirklich schlimm ist, um akut wirklich helfen zu können, aber es gehört vorher eigentlich ein Antibiogramm gemacht, um einfach zu schauen, mit welchem Feind habe ich es denn zu tun, damit ich den auch entsprechend bekämpfen kann. Und das macht man vor allen Dingen auch in der Schwangerschaft. Selbst wenn man festgestellt hat, dass diese Bakterie, also die Bakterien im Urin, asymptomatisch sind. Die Frau hat keine Probleme. Man hat es halt bei der Kontrolluntersuchung gesehen, und das wird bei jeder Schwangeren gemacht, einmal Urin getestet, dass da Bakterien vorhanden sind. Diese Frau braucht ein Antibiotikum. Und das hat den Hintergrund, dass diese Keime eben nicht nur die Harnblase betreffen können, sondern eben auch aufsteigen können und die Fruchtblase zum Beispiel zerdauen können. So sagt man es salopp. Es sind also enzymatische Prozesse da, auch Entzündungsprozesse, die der Fruchtblase zum Beispiel auch Schaden zuführen können. Und eine Chronifizierung dieser Harnblasenentzündung ist auch zum Beispiel in der Frühschwangerschaft gar nicht so ungefährlich, was Aborte angeht. Um nicht zu triggern, es ist ein seltenes Ereignis, aber vor allen Dingen die Spätschwangerschaft ist dazu prädestiniert, Harnwegsinfekte zu bekommen. Das liegt an der hormonellen Umstellung. Das Immunsystem ist ein bisschen moduliert. Schwanger haben wahnsinnig oft mit einem Pilz zu tun im Vaginalen oder auch mit einer Harnblasenentzündung. Und diese gehört therapiert, übrigens auch der Vaginalpilz. Um das vorhin Gesagte jetzt nicht wahr werden zu lassen, dass man eben Bakterien auch abtötet, die eigentlich dahin gehören. Und eine Woche später hat die Frau ein Vaginalpilz als Schwangere zum Beispiel, gibt man oder gebe ich auf jeden Fall Vaginalzäpfchen mit, dass nach dem Antibiotikum eben diese Vaginalflora wieder aufgebaut wird mit Milchsäure und Milchsäurebakterien. Ist meistens eine kurze Anwendungszeit von drei bis sechs Tagen. Und dann hat man auf jeden Fall die Gewissheit, hier sind wieder Milchsäurebakterien vorhanden und die Gefahr für ein Rezidiv oder einen Vaginalpilz ist gesenkt. Abschließend noch ein Wort, weil die Frage wird kommen, es gibt doch so Impfungen gegen die Blasenentzündung, die wiederkehrend sind. Rezidivierende Harnwegsinfekte sind wirklich, wirklich manchmal schwierig zu therapieren. Ist sehr belastend für die Frauen und auch sehr belastend für die Ärztinnen, die eben keinen Fuß in die Tür so richtig kriegen. Und ja, für solche Fälle gibt es tatsächlich Impfungen, wo gegen Erreger geimpft wird. Dem Immunsystem wird also vorgegaukelt. Hier sind ganz viele Fäkalkeime, sind das zum Teil, die dort kursieren im Körper. Bilde mal Antikörper dagegen. Ja, es gibt eine zugelassene Schluckimpfung und es gibt eine sogenannte Spritzenimpfung, wo man dem Körper suggerieren möchte, hier ist die Infektion mit genau diesen Keimen. Antikörper werden gebildet, um eben auch präventiv da vorzubeugen. Ist aber nur zugelassen und wird auch nur von der Krankenkasse bezahlt, wenn es sich eben um rezidivierende und komplizierte Harnwegsinfekte handelt. Eins habe ich noch für euch zum Schluss. Was ist dran an dem Mythos, wenn ich mich auf eine kalte Steinmauer setze als Frau, dass ich dann auf jeden Fall eine Blasenentzündung bekomme? Da hat ja die Oma schon immer drauf geachtet, auch dass hinten das Hemdchen immer schön in der Hose ist und das nicht frei liegt, damit es nicht kalt wird, damit man keine Blasenentzündung bekommt. Oma hat recht. Oma hat wie immer recht und macht den besten Kuchen. Denn es ist tatsächlich so, eine verminderte Durchblutung aufgrund der Kälte führt zu einer örtlichen Immunschwäche. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also Krankheitserreger werden nicht schnell abtransportiert, weil die Durchblutung einfach fehlt, können sich also munter da teilen und ausbreiten und werden weniger abgebaut, weil die Immunzellen natürlich auch weniger zu diesen Erregern kommen, weil es kalt ist. Also ja, Hemd in die Hose, Kissen unter die kalte Steinmauer und versuchen sich nicht zu lange im nassen Bikini aufzuhalten. Badehose, Badeanzug, was auch immer ihr tragt bei kalten Gewässern. So ihr Lieben, wie ihr merkt, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, weil es ist ein Riesenthema. Das waren jetzt so die groben Basics, die ihr vielleicht für euch mitnehmen könnt und bei der nächsten Harnwegsinfektion schon mal wisst, okay, kommt einfach häufig vor, ist in den meisten Fällen auch völlig ungefährlich, es sei denn, man hat Vorerkrankungen oder ist schwanger. Es gibt Hausmittelchen, die tatsächlich bewährterweise funktionieren können. Wenn es das aber nicht tut, gibt es immer noch die Antibiotika, die, wenn sie gezielt eingesetzt werden, wahnsinnig effektiv sind und so hat man eine Woche später auch keine Probleme mehr, sollte dann aber auch an den Wiederaufbau der Vaginalflora denken. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen harnblasenentzündungsfreien Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, adieu und tschüss. Bis dahin, adieu und tschüss. Bis zum nächsten Mal.